Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge in der Videoreihe angewandte Mathematik, Mathematik verständlich erklären. Diese Videoreihe wird von der Steirischen Hochschulkonferenz in Form von Online-Vorträgen und Diskussionen zur Verfügung gestellt und sie soll zeigen, wie alltags- und anwendungsnahe die Mathematik ist. Mein Name ist Stefan Vorbach, ich bin Vizerektor für Lehre an der Technischen Universität Graz und ich darf heute durch den Abend führen. Hinter der Mathematik stehen ja, wie wir wissen, nicht nur Formeln, Gleichungen und Zahlen. Sie ist vielmehr überall in unserem Alltag zu finden. Und in dieser Videoreihe und auch heute wollen wir zeigen, was die Mathematik alles kann. Diese Beiträge in der Ringvorlesung werden von Expertinnen und Experten der Neuen Steirischen Hochschulen gehalten und heute freue ich mich sehr, Juhl Martens von der Fachhochschule Campus 02 begrüßen zu können, der zum Thema Malen nach Zahlen, wie lassen sich statistische Informationen grafisch aufbereiten, uns einen Beitrag geben wird. Herr Martens war von 1992 bis 1995 Universitätsassistent am Institut für Statistik, Ökonometrie und Operations Research, heute Institut für Operations und Information Systems an der Karl Franzens Universität. Seit 1995 ist er beschäftigt bei der Grazer wechselseitigen Versicherungs AG, dort im Thema Versicherungsmathematische Funktionen und als Gruppenleiter statistische Analysen. Seit über 25 Jahren ist Herr Martens auch nebenberuflicher Lektor, unter anderem an der Fachhochschule Campus 02 Studiengang Marketing und Sales oder auch an der Karl Franzens Universität Graz, wie auch an der Fachhochschule Junneum Graz, dort im Studiengang Banken und Versicherungswirtschaft. Einen schönen Abend, herzlich willkommen Herr Martens. Damit darf ich auch das Thema angewandte Mathematik in Form von Malen nach Zahlen, wie lassen sich statistische Informationen grafisch aufbereiten, bitten, dass Sie Ihren Vortrag machen und ich freue mich schon auf Fragen, die wir anschließend diskutieren. Darf jetzt schon das Publikum einladen, sich Fragen zu überlegen, die wir anschließend diskutieren können. Ich begrüße Sie alle zu der heutigen Lehrveranstaltung. Mein Name ist Juli Martens. In meinem Hauptberuf und in meiner nebenberuflichen Tätigkeit beschäftige ich mich sehr viel mit Mathematik. Mathematik wird oft auch als Kunst bezeichnet, weil sie wie in der Kunst nach Mustern und Strukturen sucht und nach Vollendung strebt. Die Statistik bedient sich dieser Kunst und versucht, reale Phänomene zu beschreiben und durch Modelle abzubilden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von destruktiver Statistik, also Statistik, die, wie das Wort schon sagt, versucht, zu beschreiben, um daraus Verteilungen und Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Das kann durch Tabellen, Kennzahlen oder Diagramme erfolgen. Was ich heute zeigen möchte, ist ein sehr originelles Diagramm, das mit etwas Fantasie auch als Katze interpretiert werden kann. Der Entwickler dieses Diagramms, ein berühmter US-amerikanischer Statistiker mit dem Namen Tjuki, soll auch ein großer Katzenliebhaber gewesen sein. Katzen wären auch schon das Stichwort. Wir haben zu Hause auch eine Katze, genau genommen einen Kater, der in Katzenjahren gemessen, schon über 80 Katzenjahre alt ist. Wir haben ihn schon als Baby bekommen und weil er als Baby so wild war, haben wir ihn Rocky getauft. Den größten Teil des Tages schläft er, aber am Abend, wenn die Familie zusammenkommt, wird er munter und nimmt noch Rege an unserem Leben teil. Stellen wir uns einmal 20 Katzen vor, die um uns herumlaufen. Sie spielen, ihre Krallen an den Polstermöbeln wetzen, an den Vorhängen herumklettern und die Regale ausräumen und die wir alle auf einer Waage abgewogen haben. Die leichteste Katze wiegt 1,2 Kilogramm, die schwerste Katze 4,5 Kilogramm. In der Statistik haben wir damit bereits zwei Verteilungsparameter, Minimum und das Maximum. Die Verteilung beginnt bei 1,2 und endet bei 4,5. Wenn ich alle Werte in Prozentwerte umrechnen würde, dann würde ich bei 0 beginnen und die 4,5 Kilogramm wären dann die 100 Prozent. Diese Verteilung nennt man in der Statistik auch Verteilungsfunktion. 50 Prozent der Katzen sind leichter als 3 Kilogramm. 50 Prozent der Katzen sind schwerer als 3 Kilogramm. Damit haben wir schon den nächsten Verteilungsparameter, den Median. Das wäre genau die Mitte unserer Katzenverteilung und dafür gibt es eben den Begriff Median, der exakt in der Mitte einer Verteilung von aufsteigend sortierten Werten, in der Statistik sprechen wir auch von Merkmalsausprägungen, liegt. Weil dieser Wert genau in der Mitte liegt, spricht man auch von Zentralwert der geordneten Reihe. Bei der Berechnung des Medians kommt es dann darauf an, ob wir eine gerade oder ungerade Anzahl an Werten, also an Katzen, hätten. Bei unseren 20 Katzen wäre der Median genau der Mittelwert zwischen der zehnten und der elften Katze. Vorausgesetzt, es würde uns gelingen, die Katzen nach dem Gewicht nach zu sortieren. Ein Viertel der Katzen hat mindestens 1,2 Kilogramm und höchstens 2,5 Kilogramm. Wenn der Median genau in der Mitte einer Verteilung liegt, dann könnte man ja unsere Prozentverteilung zwischen 0 und 50 der Mitte noch einmal einteilen und hätte ein unteres Quartil, ein unteres Viertel der Verteilung, das untere Quartil. Das bedeutet, 25 Prozent der Katzen wären leichter als 1,2 Kilogramm. Im Umkehrschluss wären dann 75 Prozent der Katzen schwerer als 1,2 Kilogramm. Das wäre also ein weiterer Parameter unserer Verteilung. Ein Viertel der Katzen wog mindestens 3,5 Kilogramm und maximal 4,5 Kilogramm. Auch dieser Bereich von der Mitte, von 50 bis 100 Prozent, könnte man ja noch einmal durch 2 teilen und hätte dann das obere Viertel auch oberes Quartil genannt. Das würde bedeuten, 75 Prozent der Katzen wären leichter als 3,5 Kilogramm, 25 Prozent sogar noch schwerer. Mit Hilfe dieser Werte lassen sich Aussagen also über die Katzen treffen, ohne dass wir sie je zu Gesicht bekommen haben. Schon einzelne Parameter einer Verteilung genügen also, um ein Modell der Katzenverteilung zu bilden. Um uns ein Bild von dieser Verteilung zu machen, zeichnen wir einen Boxplot, beziehungsweise einen Box- and Whisker-Plot. Auf Deutsch heißt das so viel wie Kasten- und Fahrdiagramm, aber das klingt natürlich nicht so cool. Whisker sind übrigens auch die Schnurrhaare bei den Katzen, womit wir wieder bei den Katzen wären. Wir beginnen mit einer Y-Achse, die wir später auch wieder löschen können. Diese dient uns zunächst nur als Maßstab, damit wir wissen, wo wir die Punkte eintragen müssen. Wir beginnen mit 0 und enden bei 5. Ja, wir zeichnen eine waagerechte Linie beim unteren Quartil, das war der Wert 2,5. 25 Prozent der Katzen sind leichter als 2,5 Kilogramm, 75 Prozent sogar noch schwerer. Das obere Quartil, das lag bei 3,5. Jetzt kann man sagen, 25 Prozent der Katzen sind schwerer als 3,5 Kilogramm, 75 Prozent sogar noch leichter. Beide Werte können wir jetzt mit einer senkrechten Linie verbinden. Und wir haben unsere Schachtel, unsere Box. In dieser kleinen Box befinden sich 50 Prozent unserer Katzen. Die restlichen 50 Prozent der Katzen befinden sich außerhalb dieser Box. In der Mitte der Box kann ich mein Median eintragen. Das muss nicht die Mitte sein. Das gäbe sich hier bei uns nur aus den Werten. Der Median war 3, das bedeutet 50 Prozent der Katzen sind schwerer als 3 Kilogramm. Und 50 Prozent der Katzen sind leichter als 3 Kilogramm. Die schwerste Katze wog 4,5 Kilogramm, das wäre dort. Die leichteste Katze wog 1,2 Kilogramm, das wäre dort. Beide Linien kann ich jetzt mit einer senkrechten Linie jeweils mit der Schachtel verbinden und habe jetzt mein Box, ein Whisker-Plot. Die Box wäre das Gesicht der Katze, die Whisker ist die Schnurrhaare. Wenn wir jetzt unseren Kopf ein bisschen schräg legen, dann können wir die Katze erkennen. Hier wären die Ohren, da wäre das Gesicht und da wären die Schnurrhaare. Das wäre unsere Katze. Es ist ebenso wie in der Kunst, in der der Betrachter sich mit einbringen muss und sei es durch seine Fantasie. Im Statistischen Jahrbuch der Republik Österreich, das von Statistik Austria herausgegeben wird, kann man auch Mediane, Quartile und Quantile finden, weil sich diese Kennziffern, auch Lageparameter genannt, sehr gut eignen, Daten aus der Praxis einfach und anschaulich darzustellen, ohne dass man alle Werte kennen muss. Übrigens wird diese Art der Darstellung auch in der Wirtschaft sehr häufig verwendet, etwa für die Darstellung von Börsenkursen, um sich ein Bild von der Verteilung zu verschaffen. Man erkennt mit einem Box-Plot sofort, wo sich an einem Handelstag zum Beispiel 50 Prozent der Kurse für ein Wertpapier befunden haben, wie weit die Ausreißer gewesen sind. Alles das kann man in diesem Diagramm wiedererkennen, ohne dass man sich jeden einzelnen Wert anschauen muss. Auch Solvenzgrade, also Kennziffern, die für die Liquidität eines Versicherungsunternehmens stehen. Oder technische Rückstellungen von Versicherungsunternehmen können durch ein Box-Plot dargestellt werden. Technische Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, also Verpflichtungen, die Versicherungsunternehmen dazu verpflichten, ihren Kunden beispielsweise in der Zukunft eine Lebensversicherung auszuzahlen. Die Frage dabei ist, wie viel muss ich heute zurücklegen dafür, um alle meine Verpflichtungen in 50 oder 80 Jahren erfüllen zu können. Denn bis dahin kann allerlei passieren. Man spricht dabei auch von Marktwerten, weil man bestimmen möchte, wie viel diese Verpflichtungen in der Zukunft heute wert sind. Und man glaubt es kaum, aber das kann man berechnen. Dabei kann man mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten, von Zinskurven und anderen mathematischen Modellen ganze Kapitalmärkte simulieren, um die Auswirkungen auf mögliche Jahresabschlüsse zu untersuchen. Und das funktioniert ganz ausgezeichnet. Dann kann man am Ende bestimmen, wie viel Gewinn ein Versicherungsunternehmen in einer bestimmten, zukünftigen Periode macht und wie viel dem Kunden nach einem bestimmten Schlüssel davon ausgezahlt werden kann. Da natürlich niemand die Zukunft kennt, wird man dazu nicht eine Berechnung durchführen, sondern verschiedene Szenarien, zum Beispiel tausend Simulationen erzeugen. Und am Ende, wie bei der Katze, hat man ein Korridor von Ergebnissen. Man kann wieder schauen, wo liegen 50 Prozent meiner Ergebnisse, wie weit streuen die Ergebnisse, gibt es möglicherweise Ausreißer, Extremwerte. Diese Mathematik hilft uns im Grunde genommen dadurch, die Zukunft vorwegzunehmen, planbar zu machen und zu bestimmen, wie viel Kapital man heute dafür schon reservieren muss. Ihr seht also, egal ob es ein einfaches Beispiel mit Katzen ist oder eine komplexe Simulation von Kapitalmärkten oder Versicherungsverträgen in der Zukunft, die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Ich erzeuge mir eine statistische Verteilung und kann mir anschließend mit Hilfe weniger Parameter ein Bild vom Ganzen machen. Das, was in einem Kleinen so schön funktioniert, funktioniert auch im Großen. Mathematik ist somit eine Kunst, aber wie die Kunst unglaublich vielfältig und nicht immer so schwierig, wie es auf den ersten Blick scheint. So, nun werde ich aber wieder mal nach meinem eigenen Kater schauen. Zugegeben, er interessiert sich weniger für Mathematik. Wenn ich über Mathematik rede, dann schläft er meistens ein. Schauen wir einmal auf meinem Schreibtisch. Oh je, ich habe schon zu lange gesprochen. Aber wer weiß, vielleicht weiß er das ja alles schon und findet es daher Fahrt. Ich wünsche euch und euren Lehrern viel Freude mit der Mathematik und verabschiede mich damit. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ein sehr schöner Vortrag am Beispiel von Boxplotz unter Einbeziehung von Katzen. Ich darf Sie jetzt ganz herzlich einladen, an Herrn Martens auch Fragen zu stellen. Dazu können Sie gerne die Chatfunktion verwenden. Ich hätte inzwischen schon eine Frage, die mir bei der Erläuterung der Lebensversicherung gekommen ist. Dort gibt es ja mathematisch einen statistischen bzw. stochastischen bzw. den deterministischen Teil. Und die Frage ist, was wird dort eigentlich simuliert? Ja, die Frage ist berechtigt, weil wir haben ja den deterministischen Teil einer Lebensversicherung, bei dem ja die Rechnungsgrundlagen im Grunde genommen vorab festgelegt sind, was ja schon das Wort deterministisch auch ausdrückt. Diese kann man nachrechnen, da ist der Rechenzins dabei, auch die Sterblichkeit, die ich im einfachsten Fall aus einer offiziellen amtlichen Sterbetafel annehmen kann oder aus einer Veröffentlichung der Aktuarsvereinigung Österreichs. Aber das lässt sich sozusagen leicht nachrechnen. Der Teil, wo ich simulieren muss, ist eigentlich der stochastische Teil, der im Grunde genommen von der Zufälligkeit abhängt. Dort habe ich Parameter, die nicht mehr feststehen, weil ich nicht genau weiß, wie der Zinsfuß in den zwei oder drei Jahren ausschauen wird, wie sich die Inflation entwickelt. Wir haben auch bei einer Lebensversicherung Größen, die wir vorab auch nur schätzen können. Beispielsweise, wie viele Kunden irgendwann einmal vorzeitig keine Freude mehr in ihrer Lebensversicherung haben und sie vorzeitig kündigen oder auch die Entscheidung treffen, diese Lebensversicherung sozusagen nicht mehr einzuzahlen. Sie bleibt dann prämienfrei, wie es da so schön heißt. Und all diese Dinge, die muss man eigentlich im Simulationsteil schätzen, um wirklich dann ausdrücken zu können, wie in etwa 20 oder 30 Jahren dann die Ergebnisse ausschauen und wie viel auch von den Ergebnissen jeweils an den Versicherungsnehmer dann bei Laufzeitende ausgezahlt werden kann. Denn der deterministische Teil ist ja sozusagen der Teil, den man vorab berechnen kann, den man natürlich auch dann sozusagen vereinbart. Und der zweite Teil ist eben der, der sich unter anderem ja auch aus dem investierten Vermögen der Versicherungsgesellschaft ergibt. Und dort muss man wirklich simulieren, wie ich das auch im Vortrag ausgedrückt hatte, der quasi Kapitalmärkt, dass man also überlegt, wie können die Zinsen verlaufen. Da gibt es also zum Glück mathematische Modelle, die da sehr gut funktionieren. Wie schätze ich sozusagen die Sterblichkeit, die tatsächliche Sterblichkeit der Zukunft ein? Und wenn man simuliert, dann, wie ich auch sagte, dann wird man ja nicht nur einen Zustand berechnen, sondern möglicherweise Zehn, Hundert, Jahrtausende. Und dann wird man auch nicht ein Ergebnis rausbekommen, bei dem man sagen kann, ja, das ist jetzt das richtige Ergebnis, das kann niemand dann sagen. Aber wie es auch das Boxspot gezeigt hat, man hat zumindest einen Korridor, wo man dann sagen kann, okay, die meisten Ergebnisse liegen in diesem Bereich, meinetwegen im Bereich sozusagen des Medians. Und dann gehe ich davon aus, dass das auch das wahrscheinlichste Szenario ist. Was heute auch verlangt wird in der Praxis, auch in der interessanter Weise, ist ja auch, dass Bereiche, die im Boxspot gesprochen praktisch ganz weit oben liegen etwa, dass man sagt, was ist bei 99,5 Prozent der schlechtesten Fälle? Wie schaut es denn da aus sozusagen? Habt ihr denn mal daran gedacht, also man spricht ja von Value-at-Risk-Werten, dass man sagt, wie schaut es dort aus? Wenn so etwas eintreten sollte, ist sozusagen dann auch die Versicherungsgesellschaft in der Lage, genug sozusagen dann vorzuhalten, um auch diese Situation zu überstehen. Und dafür braucht man eben die Simulation und das muss ich sagen, ist mittlerweile sehr weit verbreitet bei Versicherungen und aus meiner Sicht ein unglaublich interessantes und spannendes Anwendungsgebiet für Versicherungsmathematiker und Statistiker. Ja, vielen Dank. Sie haben mir noch ein Stichwort geliefert, die Simulation. Gibt es jetzt innerhalb von Versicherungen noch andere Anwendungsbereiche außerhalb der Lebensversicherung, wo uns die Simulation hilft? Ja, also das ist, muss ich sagen, das ist mittlerweile sogar relativ weit verbreitet. Auf die Weise versucht man bei Versicherungen beispielsweise auch die Schäden durch Naturkatastrophen besser abschätzen zu können, weil wir natürlich den Klimawandel wie jeder Einzelne auch spüren. Versicherungen sind sozusagen da auch ein Seismograph, wenn ein starker Hagel irgendwo durchfährt, dann wissen wir relativ schnell, wie viel dort passiert ist und wir spüren ja auch, dass diese Ereignisse häufiger werden und zum Teil auch intensiver. Und dort sind wir auch zum Teil sogar vom Gesetzgeber gezwungen, uns zu überlegen, was passiert eigentlich bei einem schweren Hagelszenario, auch bei Erdbeben, Hochwasser, wie viel sozusagen Schäden, mit welchem Schadenszenario müsste dabei rechnen. Und auch in diesem Bereich sind Simulationen heute sehr, sehr weit verbreitet, was ich persönlich eigentlich auch sehr interessant finde, wenn man vielleicht als Mathematiker zunächst einmal vielleicht nur sehr stark in seine Formeln verlebt ist, sondern plötzlich in andere Gebiete auch eindringt, die aus einem anderen Bereich kommen, wie etwa Geografie, Geologie oder Meteorologie und schaut, dass dort mathematische Modelle ebenso sehr gut funktionieren, um zumindest sich so ein Bild von möglichen Szenarien zu machen, um dann auch entsprechend heute schon agieren zu können. Darf ich da noch nachfragen? Jetzt haben wir viel von Simulationen in der Versicherung oder bei Versicherungen gesprochen. Wenn wir zurückdenken an das Thema statistische Information, gibt es auch andere Bereiche außerhalb von Versicherungen, wo diese Information im Alltag gebraucht wird? Also außerhalb der Versicherungswirtschaft, wo Sie mit Boxplots beispielsweise Informationen sehr anschaulich darstellen können? Ja, eigentlich können Sie alle Informationen, die Sie haben, die könnten sogar im medizinischen Bereich auch wahrscheinlich, Werte dieser Patienten messen mit einem Boxplot darstellen. Diese Darstellungsart hat sich ja durchgesetzt, weil sie beinahe in Anführungszeichen verspielt ist und eigentlich an jedem einen sehr guten Überblick über die Daten aus sehr kurzer Zeit vermittelt, was auch fast eine Zeiterscheinung ist, dass jeder heute sagt, er hat keine Zeit, wenig Zeit. Und so ein Boxplot ist ja im Grunde genommen auch schon die Lösung dafür, denn ich sehe fast fast alle Werte und kann mir dann ein Bild davon machen. Und das ist dann eigentlich unabhängig von der Anwendung dieser Medizin. Das kann auch in der Wirtschaft sein oder egal, welche Zahlen und Reihen Sie verwenden. Sie können sie eigentlich alle in einem Boxplot darstellen. Also ich würde den Anwendungsbezug da fast als beinahe unendlich minus eins sagen. Ja, ich darf das Publikum inzwischen auch bitte nochmal einladen, wenn es Fragen zum Vortrag oder darüber hinaus gibt, bitte gerne mit der Chatfunktion an uns stellen. Inzwischen würde mich noch interessieren, gibt es Weiterentwicklungen in sozusagen der deterministischen bzw. stochastischen Statistik, die auch für den Alltag relevant sein könnten? Ja, ich hatte ja schon das Thema angesprochen mit dem Klimawandel, der eigentlich viele Unternehmen dazu zwingt, das auch stärker zu berücksichtigen. Aber ich denke, wenn ich jetzt so an komplexe Lagerhäuser denke, wo Roboter das eher sozusagen, man nennt es ja chaotische Lagerhalterung, wobei das das Wort eigentlich ein bisschen irreführend ist, aber ich denke, dass es da kaum, auch da immer mehr Möglichkeiten gibt, dass sich das durch Simulation mögliche Ereignisse, auch mögliche Zeiten sozusagen zu bestimmen, die man deterministisch wahrscheinlich nicht so genau berechnen kann. Oder zumindest hat man einen wesentlich größeren Range an Werten, dass man ein Gefühl bekommt, wie kann eine Verteilung ausschauen? Weil wenn ich oft klassisch, sag ich mal statistisch, auf ein Lagerparameter hinrechne, ist es ein Wert, aber dieser Wert muss noch lange nicht der richtige Wert sein. Aber durch eine Simulation bekomme ich eben eine Verteilung und da bekomme ich eigentlich ein viel schönes Gefühl, wie die Werte verteilt sind. Gut, ich hätte noch eine Anschlussfrage, da geht es jetzt vielleicht eher in einen technischen Bereich. Als Vizerektor für Lehre in einer technischen Universität beschäftigen wir uns auch mit autonomen Systemen, die also selbstständig sich selbst steuern. Zum Beispiel autonome Fahrzeuge ist ja ein bekanntes Phänomen. Hilft dort eigentlich Statistik und gerade das stochastische Teil etwas oder ist das verpönt, stochastische Aussagen zu treffen, wenn es sozusagen, ja, es kann gefährlich werden, wenn ich das nicht exakt vorhersagen kann, nicht deterministisch vorhersagen kann? Es gibt keinen Techniker von meiner Ausbildung her, aber ich kann mir eigentlich sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt solche autonomen Systeme teste und dann kann ich vielleicht auch durch so einen zochastischen Ansatz mir überlegen. Man ist ja im Prinzip, bildet ja dann plötzlich wieder solche Pfade. Wie könnte so ein Vehikel laufen und was könnte möglicherweise passieren, dass ich vielleicht dann noch mehr Rückschlüsse ziehen kann, auf was ich dann eher achten müsste? Also es gibt ja da, Entwicklung ist ja noch nicht abgeschlossen bei den autonomen Fahrsystemen und es gibt ja immer gewisse Szenarien, die man vielleicht noch nicht richtig komplett lösen kann. Also wenn ich jetzt als Versicherer spreche, wer versichert das Fahrzeug und was passiert im Schadenfall? Ist der Fahrer dann dafür verantwortlich oder der Softwarehersteller? Diese Fragen müssten geklärt werden, aber ich denke jetzt, abgesehen davon von diesen versicherungstechnischen Fragen, dass es da auch sicherlich möglich ist, durch stochastische Ansätze zumindest Pfade zu simulieren, wie diese Fahrzeuge verlaufen könnten. Okay, gut. Mittlerweile gibt es auch eine Frage im Chat zum Thema Boxplot. Ich darf sie vorlesen. Hat der Boxplot Schwächen, auf die ich beim Interpretieren achten sollte? Ist eine Frage aus dem Publikum, die ich weitergeben darf. Ja, Schwächen. Es ist aus meiner Sicht ein sehr einfaches Diagramm und das ist leicht zu erstellen, schnell zu erstellen. Was sich jetzt bei meiner Katzenverteilung nicht hat, aber das hat man auch in echten Verteilungen, dass man extrem werte Ausreise hat, die würden bei einem Boxplot separat dargestellt werden, das ist oben oder unten. Und der Boxplot kann mir bei Verteilungen, wo ich relativ viele Ausreise habe, also aus meiner Erfahrung ist das zum Teil auch sehr sensibel, dieses Instrumentarium, möglicherweise extrem viele Werte außerhalb sozusagen des Ranges plotten. Und dann komme ich eigentlich mit meiner Interpretation auch nicht weiter, weil ich habe vielleicht 50 Prozent der Fälle schon in der Schacht. Diese Aussage ist ja immer korrekt, aber möglicherweise übersehe ich sehr viele Werte, die sich außerhalb von diesen Schnurrhaaren der Katze bewegen. Und dann würde ich sagen, dann ist das Plot nicht mehr so aussagekräftig. Also das ist sicherlich, hat auch seinen Nachteil, ja. Wie aber eigentlich jede Methode in der Statistik, die ein bisschen sensibel auf Ausreißer reagiert. Okay. Gibt es eine andere Methode, wo wir die Ausreißer, die gerade beschrieben wurden, besser in den Griff bekommen? Ja, die Ausreißer in den Griff bekommen, sie sind ja nur einmal da, also die werde ich sicherlich so schnell nicht in den Griff bekommen. Aber ich könnte versuchen dann vielleicht mit einem, es gibt ja solche, wie muss ich gleich sagen, Kuckuckplatz oder so, dass ich versuche das mit Verteilungen anzupassen, um vielleicht schauen, wie die Ausreißer sich irgendwo möglicherweise einer theoretischen Verteilung annähern und dann mit einer theoretischen Verteilung weiterarbeiten. Gut, ich schaue nochmal in den Chat, sehe im Moment keine weitere Frage. Ja, dann bleibt mir jetzt Zeit, mich ganz herzlich zu bedanken für den sehr interessanten, sehr anschaulichen Vortrag und der Einbeziehung der Haustiere. Ich glaube, das bleibt gut in Erinnerung. Ich freue mich, dass wir wieder etwas über Statistik, in dem Fall, Beispiel Lebensversicherungen, gelernt haben. Und ich glaube, Herr Martens konnte sehr gut aufzeigen, dass statistische Informationen unseren Alltag durchdringen, auch wenn es uns nicht immer bewusst ist. Ich bedanke mich sehr herzlich für auch die interessanten Fragen und Antworten und darf hiermit die heutige Folge von Mathematik Anwenden und Verstehen schließen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder ein weiteres Thema diskutieren können. Danke und auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.